Bei der GEMP trafen sich die Majestäten der Schützen zum Königsehrenabend. Und sie sagen, Prost zusammen, dringt doch Ihnen mit auf die Festzeit, auf die vor uns liegenden Schützenfeste, auf frohe Tage, frohe Stunden im Kreise unserer Bruderschaft und Vereine. Zu den Gästen zählten neben dem Bezirksschützenkönig auch Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Sie mussten den Nagel auf den Kopf treffen. Sie müssen das mit ihren Reden tun, mit ihren politischen Ansätzen und heute im wahrsten Sinne des Wortes ein großer Baustamm aufgestellt. Es gibt große, schwere Zimmermannsnägel, einen dicken Hammer und wir testen nachher mal durch, wer am besten zuschlagen kann. Gewonnen hat bei den Politikern das Team vom zukünftigen Karnevalsprinz Norbert Bude, denn er weiß mit einem Hammer umzugehen. Und bei der Wirtschaft das Team von Norbert Post. Die Majestäten traten im Vorfeld der EM beim Torwandschießen an. Hier bewies der Bezirksschützenkönig Treffsicherheit. Damit kann die Schützensaison beginnen. Wir sagen Prost zusammen, schmust mal wieder.